Hallo und herzlich willkommen zurück zu SPH-Life Äh, ja, wir haben letztes Mal, äh, ich und Maiko nur eins, wir haben letztes Mal dieses Vieh hier gekillt Ähm, heute ist da nicht mehr mit bei Ich nehme endlich mal wieder nach einer Woche oder so auf So auf und ich falle! Hilfe! Oh Gott Ja und, ich werde ihn mal wieder aufnehmen Das ist schon lange her, ich hatte auch irgendwelche Probleme beim Rendern von diesem blöden anderen Part Und irgendwie sieht das hier mir ein bisschen komisch aus Okay, was ist das? Wohin müssen wir denn? Also, wir haben hier so ein Wasser, irgendein Ach, ich geh mal durch Ich seh hier, irgendwie Fuck, ich bin am sterben Fuck Dass man hier so schnell abzippeln kann, dann wusste ich selber nicht So Ach, da hab ich grad was gesehen? Gut Und wir haben eine neue Waffe, einen Revolver Das ist schon mal cool Der ist auch tot Alle meine Waffen sind leer, außer die Granaten und der Revolver Deswegen hoffe ich mal, dass ich irgendwann wieder neue Munition kriege Sonst bin ich am Arsch Äh Ja, jetzt würde ich genau noch mal wissen, wo ich lang müsste, ne Was ist denn, wenn man hier gegen schießt? Nichts Irgendwas muss das doch Mir sagen Dann gehen wir nochmal ins Wasser Äh Also so wirklich Viel ist hier ja nicht, ne Also nochmal Ich brauch gut Ich brauch hier meinen ganzen Sauerstoff hier oben Und jetzt runter, los Runter, runter, runter Was ist denn hier, was ist denn hier, was ist denn hier? Ah, na, sieh mal einer an Gut, das ist doch schon mal Geilomatik Würde ich mal sagen Und Die sind hier so nett gewesen Die haben uns mal hier so schön Sachen gegeben Die wir auch gleich mal ausnutzen werden Weil ich hatte sehr wenig Leben Jetzt gehen wir noch so ein bisschen Rüstung Kann das sein, dass die uns 100 voll halten? Ne, ne, 75, egal Ist die giftig? Ich hoffe mal nicht Kann gar nicht sein Oder? Doch, 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 doch Radioaktivität Äh, ja Wie sollen wir dann jetzt hier weg? Das ist jetzt die große Frage Schauen wir uns nochmal um Ich denke mal auf die Rohre Falsch hochgegangen Und ich hoffe, dass ich keine Probleme Mal wieder beim Rändern habe Mal wieder beim Rändern habe Da, dass ich eigentlich Das gut jetzt Geschafft habe Und Nein, fuck, das war's Oder? Das, das, das Müsste es gewesen sein für mich Aua Aua Aua, scheiße Nein Ach, ist das eine Wurst hier So ein Scheiß Ne, das war's Tschüss Adios, meine Freunde Ey, da war er gerade Oh ne Wieder hier Ja Knall gegen die Kante Ich fliege hier Meilenweit runter Und der knallt Gegen die Kante Ich will den Revolver haben Ich will den haben Nächstes Mal speichere ich So, ich schneide hier runter Dann hier hin Dann da hin Dann hoch Sind wir wieder hier Und hier werde ich speichern Ich habe ja erfahren Oder mein Kona 1 hat mir Letztes Mal gesagt Dass ich Autosafen kann Ach, fange ich wieder ein Ich weiß zwar noch nicht wie Wenn ihr es wisst Könnt ihr es mir ja gerne sagen Hätte ich nichts gegen Und ich will mir erst mal die Leben Ja, und deswegen habe ich gespeichert Es gibt so eine bestimmte Taste, aber Wenn's F9 ist, dann Will ich lieber nicht drücken Weil ich da aufnehme Und wenn ich die Taste drücke, dann Spende ich euch die Aufnahme auch Und das will ich nicht So Ach ja, und Ich habe gesagt Dass ich nach Half-Life Half-Life 2 Letztplanen werde Das wird auch kommen Aber wenn ihr wollt Könnte ich auch Let's Äh, let's Dann könnte ich auch Half-Life Blue Shift Und Opposing Force Wie der Scheiß auch heißt Let's Plane Und ja, dann hätte ich Ziemlich viel zum Let's Plane Ich würde aber zuerst Half-Life zu Ende bringen Und Dann halt die anderen Die dann kommen werden Wo ist ein Ventil Was habe ich denn mit jetzt mit Zwerg Die mit dem so blöd drum drücken Okay, ich bin mir nicht sicher Aber das werde ich so nicht schaffen Das könnte ich schaffen Das wäre möglich Das habe ich sogar geschafft Und Es sind seit langem keine Monstern mehr gekommen Das hat mich so ein bisschen Gewundert Jetzt habe ich mich jetzt So ein bisschen erschreckt Aber nur so ein bisschen Hä? Moment Aua Was soll das denn für ein Scheiß? Nein Diesmal werde ich meine Munition Nicht so verbrassen Ich würde das hier einfach Tot kloppen Ist auch mal eine Lösung Der Tisch ist jetzt eingekracht Bei meinem Schwergewicht So Okay Das wollte ich jetzt eigentlich nicht Das wollte ich ebenso nicht Kannte ich ahnen Dass da so eine Bombe drin ist Die werde ich aufheben Nein, die kann ich schieben Deswegen werde ich die auch aufheben Ich werde nur die großen Stören Ja Das war auch schon alles Was man ausbeuten konnte Die Kiste werde ich nun mitnehmen Ich werde zum Revolver Wechseln Aber damit der Part nicht wieder zu lang wird Und das Rändern und Hochladen Zu lange dauert Oh, was ist das? Werde ich auch schon bald Cut machen Loll Ach du Scheiße Was ist das? Ach du Scheiße Was ist das? Was ist das? Hallo Was ist das denn für ein Scheiß hier? Äh Ich hab so das Gefühl Dass wir das gar nicht töten können Wo? Wo? Alter Der Revolver ist ganz schön stark Alter Ich hab mich schon gänsehaut Wie das Vieh mir nachgerannt ist Oh Holy shit Ach du Scheiße Ja, mach du mal einen auf Ballerina Alter, ey Haben sie noch alle hier, oder? Müssen sie noch Alter Was ist das denn hier? Geht ihr alles drunter und drüber? Alter Scheiße Ich weiß nicht, ob das wegen des Fensters offen ist Weil jetzt ein Fenster von mir offen Oder ob das Äh Die Angst ist Die Fische leben noch Ah, ich hab ne Munition Holy shit Alter, das ist Was nähert sich hier? Ich kriege Angst Ich kriege Angst Leute Könnt ihr kleinen hässlichen Viecher mit niemandem ruhen lassen? Einmal ohne die bitte Alter Ja, und du wachst dich da oben fest, oder was? Alter Äh, ja Ich mach gleich mal einen Cut erstmal Und danach geh ich weinen Äh Alter, was das für ein Vieh ist, ey Das weiß ich jetzt immer noch nicht Aber egal, ich mach hier gleich Wow Okay, die sind tot, haben sich selbst gekillt Und Ist mir egal Also ich mach hier erstmal einen Cut Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Ich danke fürs Zuschauen und Boah Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal